Vor kurzem erfreute Lisa Mantler ihre Fans mit tollen News. Sie hat geheiratet. Über ihren Mann war den Followern von Lisa und Lena nicht viel bekannt. Bis jetzt. Denn nun verrät Lisa einige Details über den Mann an ihrer Seite. Die beiden machen gerade Flitterwochen auf den Malediven, wie sie auf Instagram zeigt. Auf den Posts markiert sie auch ihren Liebsten. Dabei handelt es sich um den Musiker Jonas J. Das Leben als Ehepaar scheint Lisa sehr gut zu gefallen, wie sie ihre Follower wissen lässt. Ich kann euch nicht sagen, Leute, wie glücklich und dankbar ich bin. Wie schön zu sehen, dass Lisa Mantler und Jonas J. glücklich sind.